So Leute, jetzt hat es die Menschheit endlich geschafft. Sie hat fast alle Ressourcen des Planeten aufgebraucht und fast jegliche Tierarten komplett ausgelöscht. Aber ein paar einzeln sind noch welche vorhanden und wir spielen die letzte Füchsin mit ihren Kindern und versuchen diese von der Menschheit zu retten. Moin und herzlich willkommen, hier ist Phil, euer Zocker mit Herz und wenn das Video euch gefallen hat, lasst mir bitte am Ende des Videos ein kostenloses Abo da, aktiviert die Glocke um nichts mehr zu verpassen und wenn ihr wirklich gar nichts mehr verpassen wollt, seht ihr unten eingeblendet meinen Instagram Namen zocker.mit.herz auf Instagram, besucht mich da und jetzt legen wir los mit dem Video, viel Spaß. Endling Extinction is Forever wurde designt von Samuel Molina, entwickelt von HeroBeat Studios, Herausgeber ist auch HeroBeat Studios und Handy Games. Veröffentlichung war der 19. Juli 2022 und ja, wir haben jetzt ein bisschen Leben geboren mit unserer weiblichen Füchsin und da können wir ein bisschen die Farben variieren. Und ja, es ist ein Indie Game, Adventure, Survival Spiel, Sidescrawler, Simulationsgenre, also mehrere. Für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch. Natürlich kann man es dann auch auf der Series und auf der PS5 spielen. Ja, und noch ein kleiner Funfact, wer es nicht weiß und zwar, die weiblichen Füchse heißen Fähe oder Fähen und die männlichen heißen Rüden. So, ja, hier seht ihr, dass wir jetzt gleich nach draußen gehen und jetzt bin ich hier zum Beispiel auf der Spur von was S-Bahn mit dem Grün, das seht ihr. Aber da ist ein Dachs im Weg. Wahrscheinlich auch eine Mama oder ein Papa, die ihre Jünglinge beschützt, weil da gibt es auch eine Höhle. Vielleicht auch nicht, vielleicht beschützt sie einfach nur ihr Zuhause oder er. Aber was ich schon mal ganz cool fand, man hat so eine kleine Kabelei gehabt. Ich weiß ja, ob man auch richtig fighten kann mit denen, aber ja. Finde ich aber cool. Also wahrscheinlich kann man sich da auch ansneaken. Habe ich ein, zwei Mal versucht und da gucken, ob man da reinkommt, aber ist wahrscheinlich auch nicht vorgesehen. Ich weiß nicht, aber allein diese Tatsache da, dass sie ihr Zuhause, ob mit oder Kinder beschützt, finde ich ganz cool. Und ja, wir müssen weiter auf Nahrungssuche gehen, weil unsere Kinder sind im Wachstum und sie brauchen regelmäßig immer Futter. Ganz wichtig ist auch immer nachts agieren und am Tag in die Höhle, weil am Tag sind zu viele Menschen draußen und ist zu viel Trubel. Jetzt haben wir Bären, mit denen gehen wir zurück in den Fuchsbau. Genau. Die haben halt immer so eine Bar. Ich weiß nicht, ob das auf das springt, wenn man die dauerhaft so hoch hat oder ganz hoch. Und ja, hier laufen die und schon mit der, so ein bisschen größer. Später im Spiel werdet ihr noch hier mit was anfangen können und zwar haben die Füchse, die sollen immer mitkommen und von dir lernen und sehen. Zum Anfang lernen sie ziemlich schnell das Springen, sonst können sie dir auch nicht gut folgen. Aber hier zum Beispiel später, jeder lernt auch andere Sachen. Zumindest hatte ich bis jetzt die Erfahrung gemacht. Und später werdet ihr sehen, ganz am Ende lernt ein Welpe graben. Da kann er denn einen Regenwurm rausholen. Hier kann er dann vielleicht noch was anderes rausholen oder einen weiteren Weg finden. Und das muss man dann halt so immer gucken, wer was kann, wer was noch nicht kann, wo das war und dann wieder dahin. Finde ich ganz cool. Ist eine coole Mechanik. Und hier seht ihr, man kann auf den Baum klettern. Habe ich schon mal ein Ei gesehen, da habe ich mich aber ein bisschen düsig angestellt. Und hier sehen wir eine Kühltruhe. Da ist Futter drin, die schubsen runter, damit unsere Kleinen futtern kann. Ich hätte es auch gern gesehen, dass die Mutter auch ein bisschen isst. Aber ja, das ist ja in der Natur auch so, dass die Mutter alles abgibt und dann selber zum Schluss später isst. Da auch immer ganz wichtig, man muss halt die Welpen im Blick behalten. Ich hoffe, ich zeige das später nochmal. Wenn die Angst haben, muss man mit denen auch schmusen, damit die sich wieder beruhigen und alles schick ist. Jetzt hatten die, glaube ich, noch keine Angst. Das kommt, glaube ich, wenn man nur zu weit weg ist oder wenn halt Menschen oder andere Gefahren lauern. Da gibt es nämlich einige. Zumindest die, die ich bis jetzt gesehen habe. Da seht ihr, zuck und fast voll. Und jetzt die Nacht geht es zu Ende. Steht auch da, soll man schnell in den Unterschlupf zurückkehren. Und ja, das ist immer der Hauptplot-Twist. Gleichzeitig zurückkehren. Hier wollen wir noch fixen Hasen jagen. Das war ziemlich einfach. Der ist jetzt klar ein bisschen doll krass grün dargestellt, aber damit man ihn besser sieht und fangen kann. Weil sonst weiß auf weiß ist halt schwierig. Ja, und dann legen wir das hin. Und dann unblutig, ist auch okay für Kinder, schnabulieren die das. Und ja, und hier sehen wir, wollten wir gerade schnökern, was hier ist. Und hier sehen wir, hier kommt ein, oder haben wir so einen Marker. Hier kommt gerade Gefahr auf uns zu. Und ich konnte es nicht besser einfangen, aber ihr seht schon mal, wie creepy die Menschen aussehen. Weiß nicht, vielleicht müssen die, weil die schon alles runtergewirtschaftet haben mit so einen Masken oder was das auch immer ist, rumlaufen. Aber ja, die sehen auch ziemlich creepy aus und bewegen sich auch ziemlich creepy. Aber ja, haben sich selber zuzuschreiben. Und da seht ihr, wann der Tag anbricht und wenn die Leiste voll ist, sollte die schnellstmöglich in eurem Bau sein. Hier habe ich gedacht, gehofft, das ist der erste normale Mensch, aber kam ich nicht ran, um euch zu zeigen. Aber auf jeden Fall hat sie schöne Musik gespielt. Ihr müsst immer die Karte im Blick haben. Leider gibt es keine Minimap, die man dauerhaft sieht. Aber naja. Hier zum Beispiel könnt ihr euch auch entscheiden, den DAX zu befreien. Ich weiß nicht, was es bringt oder nicht, aber finde ich eine fetzige Sache. Hier wird euch angezeigt, ist ein erneuter Feind. Nicht nur der Mensch oder andere Tiere. Eulen. Wahrscheinlich nicht für den großen Fuchs, aber für die Welpen gefährlich. Deshalb, ich habe den vorher auch schon gehört gehabt, muss man halt schleichen. Wie weit man schleichen muss, das weiß ich nicht. Das habe ich auch noch nicht rausgefahren, aber ich schleiche lieber ein bisschen weiter. Aber ja. Hier auch noch eine große Gefahr. Hier versuche ich gerade die Maus zu fangen. Aber hier gibt es auch einen Müllbeutel. Und den kann man kramen. Wenn man aber zu oft drin kramt, dann passiert gleich das. Passt auf. Wenn man nicht schnell genug reagiert, dann erstickt man glaube ich in den Müllbeutel. Und jetzt seht ihr, wie es auch in der Realität passiert und oft passiert. Hatte ich das um den Hals. Ja, hier gleich die nächste Gefahr der Mensch. Ich habe versucht ein bisschen zu verteidigen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit man hat und was der dann noch macht. Ich bin jetzt ein bisschen angeschlagen. Und so kann man auch nicht kämpfen oder keinen Kampf gewinnen. Deswegen ab in den Bau. Ja, finde ich cool. Macht Spaß. Meistens, weil man in den Baus verschwindet, auch der Müllsack. Das hätten sie lassen können, dass man sich irgendwie daraus befreien muss. Oder zu oft Müllsäcke, dass man dann daran stirbt oder sowieso. Ja. Aber trotzdem finde ich es eine coole Mechanik. Und hier auch wieder. Zack. Weißt nicht genau, siehst nicht hundertprozentig genau, wo er ist und was es für eine Gefahr ist. Aber immer lieber rechtzeitig verstecken. Und ja. Ihr seht ja, wie creepy der aussieht. Ich finde, die macht ganz geil. Ist auch so ein bisschen angsteinflößend. Vor allem für die Tiere dann halt noch mehr. Als für uns Menschen sowieso. Ich weiß nicht, ob es überhaupt gute Menschen gibt. Das konnte ich leider noch nicht feststellen. Aber naja. So, und jetzt seht ihr die eine Fähigkeit, die gerade einer lernt. Der springt gerade da in den Dreckhaufen. Und ja, man redet den so ein bisschen gut zu. Und dann findet der dann Regenwurm. Ich weiß nicht, ob er in jedem Haufen dann einen Regenwurm findet. Aber ja. Schon hat er eine Fähigkeit gelernt, die man dann halt einsetzen muss im Spiel. Und ja. Man muss halt überleben. Wahrscheinlich bis die Kinder groß sind. Und ja. Man jagt nicht nur eine Spur. Sondern auch noch eine andere Spur. Nicht nur die Nahrungsspur. Aber das werde ich euch nicht spoilern. Das findet ihr bitte selber raus. Wenn ihr das Spiel spielt. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir zum kleinen Fazit. So Leute. Mein Fazit. Ja, was soll ich sagen? Also erstmal. Endling. Extinction is forever. Ist für einen kleinen Geldbeutel. Ein gutes, solides Game. Wenn es mal im Angebot ist. Auf jeden Fall. Schlagt sofort zu, wenn ich es nicht vorher schon getan habe. Und ansonsten. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist ein geiles Endzeit-Spiel. Wenn man so will. Aus der anderen Perspektive. Wie es leider auch sein kann. Und passieren kann. Mit seinem ganz eigenen Charme. Mit seiner ganz eigenen Kreativität. Und Optik. Die Optik erinnert mich ja ein bisschen an Okami HD. Beziehungsweise Okami. Das ist ja nur die Upgrade-Version. Und ich finde es ziemlich geil, die Optik. Und ja. Fuchs ist einer meiner Lieblingstiere. Ich liebe diese Tiere. Wenn man das so sagen kann. Und ja. Das macht schon ziemlich viel aus. Und ja. Es ist sehr einfach. Aber dennoch durchdacht. Es macht mir sehr viel Spaß. Und ja. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was ihr davon haltet. Findet ihr das Game geil? Holt ihr es euch? Habt ihr es euch schon geholt? Und warum? Und ansonsten. Bleibt schön gesund. Startet jeden Tag mit einem Lächeln. Und ich bin raus. Tschö. Mödo.